Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader 2 bei der letzten Mission bei Weg der Tränen in Sand der Zeit. Wir sind alleine gegen 5 Gegner, das hatten wir schon, ich glaube jetzt 2 mal in diesem Let's Play, aber diesmal glaube ich wird es am schwierigsten. Wir haben den Wolf, den Richard Löwenherz, den 2. Richard Löwenherz und 2 Ratten. Die Ratten glaube ich sind das kleinste Problem, aber die werden richtig sehr nervig sein am Anfang. Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus. Deswegen werden wir auch ganz schnell bauen müssen. Da komme ich auch nicht drum herum. So, ganz schnell Holzfäller. Ich brauche Holz. So viel wie es nur irgendwie wieder geht, dann brauche ich ganz schnell meinen... Eine Waffenkammer brauche ich, einen Söldnerposten brauche ich und eine Unterkunft brauche ich. Dann brauche ich auf jeden Fall nochmal schnell ein, noch ein Haus. Danach brauche ich die Burgwahl hier mal ganz kurz hin. Oder so weit wie es nur irgendwie geht. Dann brauche ich wieder Holz. Dann brauche ich... Dann brauche ich Schein. Okay, da passen nur zwei hin auf die Schnelle. Dann brauche ich... Habe ich Waffen da drin? Nein, habe ich nicht. Das Hopfen können wir verkaufen. Das Pech können wir auch verkaufen. Äh, eine Treppe will ich aber schon mal bauen. Das kann da nicht platziert werden, mein Leute. Ihr steht euch da hin. Wir sind eure Leute. So. Mal ein bisschen Holz, damit die Getreidefarmen schon mal funktionieren. Dann brauche ich noch mal mehr Holz für ein Haus. So. Es geht mir die Entwicklung hier zu langsam. Dass ich da nicht drehen kriege, das wurmt mich so ein bisschen. Aber hey, ich kann nichts dran ändern. So. Was ich auf jeden Fall schnell brauche, sind Scheine. Weil die werden mich doch relativ schnell angreifen. Und zwar alle. Deswegen gebe ich euch mal wieder die Informationen da oben. So. Als nächstes brauche ich dann... Eine Armbrustschmiede und eine Rüstungsschmiede. Ihr wisst genau, für was. Genau für die Armbrustschützen. Die brauche ich nämlich als Verteidigung. Wir können nur 166 Truppen bauen. Das ist nicht gerade viel. Möchte ich auch nochmal dazu anmerken. Das dauert mir alles viel zu lange hier. So. Wichtig ist ganz schnell erstmal unsere Skandardverteidigung aufbauen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wohl, was kosten die Öltopfwerfer? 50. Rekruten werden benötigt, Seier. Naturkuliert Lockenor. So, ich kriege gerade Scheine. Zweimal sogar. Und Holz bekomme ich auch noch. Das ist gut. Dann können wir die Getreidefarm nämlich weiter ausbauen. Und das arbeite ich ja nicht mit Öltopfwerfern. Aber ich denke mal, dass ich hier hinten bauen werde alles. Bauern werden benötigt, Seier. Ein nachheim. Eine Nachricht der Ratte. Ja. Das Spiel ist aus, Kleiner. Ich spiele jetzt bei den Großen mit. Mein PC wollte nicht so, wie ich das wollte. Aber hey, passt schon. So. Nächste Ladung. Holz. Jetzt brauche ich schnell eine Mühle. Weil mir geht die Nahrung irgendwann aus. Wahnsinn, diese Ratte, ey. Die kann so viel und auch gar nichts. Ja. Ich werde wahrscheinlich so 50-50 machen. 80, die sich um die Verteidigung kümmern. Ich sag ja, die Ratte ist das kleinste Problem. So ein bisschen. Die Nahrung muss schon mal funktionieren. Ich brauche nur einen Turm noch. Das ist relativ dringend. Schreie. Schreie. Scheine kommen. Das reicht ja nicht. 220 brauche ich, ja. Ja. So, nächste Armbrust. Pff, da kommt ja noch gar nichts an. Oh, reicht noch nicht ganz, okay. So, Turmsch geht. Das ist ja auch eigentlich keine Burg, hat der irgendwo schon recht, ja. Legt euer Schwert an. Ich komme euch zu holen. Dann komm, mich mal holen. Meine Verteidigung steht. Ich werde natürlich wieder eine große Wirtschaft aufbauen. Ich muss immer dafür gucken, dass ich noch Eisen genügend habe. Der Wolf, der ist der Schlimmste eigentlich. Ist klar. Ist klar, Wolf. So, der hier ist ganz wichtig. Der muss weg. Oh, das ist ein Skurmburg und ein Trieburg in einem. Nee, ein Katapult in einem. Äh, habe ich da noch meine Öltöpfwerfer? Nee, die habe ich nicht mehr, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum da nichts mehr runterkommt. Ich sag ja, es ist ja nicht gerade einfach, die Mission. Du spielst bei den Kleinen mit, ja. Und zwar bei den ganz Kleinen. Ich brauche irgendwann später hier das Holz, weil das ist ja bald alle hier. Waffen werden benötigt, Sire. Aber bitte doch. Also man kann wieder über Nahrung gehen, man kann über Waffen gehen. Und man sollte immer Werkzeug noch dabei haben. Oder Steine zum, äh, zum Nachbauen. Waffen werden benötigt, Sire. Na los doch! Vermannt die Brüstung! Richards Truppen greifen an. Sollen sie doch angreifen. Bauern werden benötigt, Sire. Jetzt habe ich ungefähr, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Auf die Plätze! Und die Nächsten und zack! Und der Nächste. Und zack! Und der Nächste. Und der Nächste. Und der Nächste. Oh, schon wieder? Ja, hat begonnen, Bauer! In einer Stunde werdet ihr tot sein! Ihr seid der viergrößte Lord! Das ist wichtig. Heißige Bratten habe ich schon überholt. Ähm, ich brauche Gold. Ich will mich hier den Markt bauen. Da brauche ich 500 für. Boah. Okay, nur Katapulte. Das geht noch. Die Truppen der Ratte greifen an. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Ich brauche nur 500. Okay, reicht. So, mein Markt beruhigt ganz hier oben. Auto verkauft bei 50 für den Fall der Fälle. Unsere Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, meine Herren. Das können wir runterschrauben auf 10. Eine Nachricht der Ratte. Das nennt ihr eine Burg! Ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Aber du hast aber die Ahnung. Fürchtet euch nicht! Männer, der Sieg wird unser sein! Okay, alles wird jetzt immer aufgekauft. Das war es eigentlich schon. Da brauche ich mich nämlich nicht mehr drum kümmern. So, jetzt breite ich schon mal den Angriff gleich vor. Ja, ja, passt schon. Ich bereite mich auf alles vor. Ich finde es gut, dass das noch reicht, diese Welle hier zu bauen. Der hat ihm die ganze Zeit was zu tun. Ach, das ist der Wolf. Der ist schon kaputt, okay. Das sah nämlich jetzt nicht so aus. Hält der auch mehr aus, der Oberfeldwebel? Oder halt... Nee, nicht wirklich. Mit Rüstungen verdient man halt am meisten Geld. Und die Musik... Das ist schon wie ein Part und der zeigt mir eigentlich nur den Aufbau. Ja. 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 Total. Ja. Für euch bist du mein Liebsterайl. Bachl in Ansatz 2 großartige